Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 5.02.2019 um 6.42 Uhr. Ich bin vor einer Dreiviertelstunde aufgewacht und mache mich gleich auf den Weg ins Büro. Ab heute sitze ich in einem neuen Büro, also wahrscheinlich bis 9 oder so noch in dem alten, damit ich da am Rechner arbeiten kann. Und im neuen Büro kommt die IT irgendwann zwischen 8 und 9 und schließt die Telefone an und die neuen Computer oder die alten Computer. Keine Ahnung, ich glaube, ich kriege den von Dovo. Und ja, dann geht es heute in einem neuen Büro weiter mit super Aussicht und ich freue mich schon sehr drauf. Ich fing ja mir gerade an den Haaren rum. Eigentlich hätte ich jetzt Donnerstag einen Friseurtermin gehabt, aber jetzt hat Nadine angerufen oder besser gesagt geschrieben gestern und meinte, können wir nochmal um eine Woche schieben. Sie würde jetzt spontan nach Österreich fahren in den Skiurlaub und dachte mir so, oh scheiße, aber es ist okay. Wir machen das am 14.02. am Valentinstag und bis dahin muss ich mit meinen vielen Haaren irgendwie zurechtkommen, dass die einigermaßen ruhig sitzen. Gerade hier an den Seiten schießt das ja irgendwann in alle Richtungen weg und wir gucken mal, wie lange wir das noch aushalten. Ich habe ihr gesagt, ich versuche zu warten, aber wenn es mir zu viel wird, kann es durchaus sein, dass ich mal zu einem anderen Friseur gehe. Wir gucken einfach mal. Gestern haben wir Horizon Zero Dawn gespielt, zweieinhalb Stunden. Wir haben uns das erste Mal eine Brutstätte angeschaut und das war recht spannend. Bis auf den Bossfight, der da am Ende kam, den fand ich schon ein bisschen fordernd. Und das auf Schwierigkeitsstufe einfach. Stellt euch mal vor, ich bin das auf Normal spielen oder schwer, da würde ich ja gar kein Land sehen. Aber es ging, ich habe mich da irgendwie durchgebissen und ja, um 20.30 Uhr waren wir dann an einem Aussichtspunkt, wo wir über die Reste einer Stadt geschaut haben, mit Hochhäusern und so weiter. Und was da passiert, gucken wir uns dann morgen sehr wahrscheinlich an. Ja, dann habe ich gestern noch ein bisschen Wäsche gewaschen und aufgeräumt und noch eine Folge Game of Thrones geguckt. Dann war es irgendwie schon um 10 und dann bin ich schlafen gegangen. Sieben Stunden Schlaf habe ich diese Nacht bekommen. Das ist nicht schlecht, ist aber auch nicht viel. Also klar, es ist viel, aber nicht genug für meinen Geschmack. Morgen wird die Nacht wahrscheinlich kürzer. Es ist eigentlich, ich gehe heute extrem früh ins Bett, was aber nicht passieren wird, denn ich besuche heute in Germain. Das heißt, ich werde nach der Arbeit zu Germain fahren und dann werden wir was essen und einen Film gucken. Ich hoffe ja immer noch auf Lego Batman, den wollten wir irgendwie schon seit Monaten schauen, gefühlt. Und ehe ich dann zu Hause bin, wird es auch so gegen 9, schätze ich mal, sein. 8, 9, irgendwas in dem Dreh. Wir gucken einfach mal. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Dienstag, kommt gut durch den Tag und wir sehen uns morgen beim nächsten täglichen Vlog nach dem Sport und dann morgen Abend wahrscheinlich mit einer weiteren Episode von Horizon Zero Dawn. Es sei denn, irgendjemand erbarmt sich und geht mit mir um 20 Uhr in die Vorpremiere von Battle Angel. Na hier, dieser neue Film da. Aber ich schätze mal eher, dass ich morgens streamen werde. Gut, das ist es von mir. Habt eine schöne Zeit und kommt gut durch den Tag. Bis dann. Tschüss.